Hallo und willkommen bei BILDNER TV. Wenn ihr Microsoft Outlook benutzt, dann kennt ihr das. Ihr arbeitet in einem anderen Programm und dann kommt eine Meldung von Microsoft Outlook. Ihr habt eine neue E-Mail erhalten. Ja, aber wann kommt diese Meldung eigentlich? Kann ich sie aktivieren, deaktivieren? Das alles will ich euch zeigen. Also legen wir los. Hallo, ich bin der Andi und ihr seid bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, und ich möchte mir heute die Desktop-Benachrichtigungen zu E-Mails anschauen im Programm Microsoft Outlook. Und zwar, ihr könnt sie deaktivieren und aktivieren und da gibt es noch ein paar Dinge, die man dazu wissen sollte. Und alles, was man so zu Outlook wissen sollte, findet ihr übrigens auch in unseren Büchern zu Microsoft Outlook. Hier zur neuesten Version 2021, auch für 2019 und Microsoft 365. Ihr findet unsere Bücher unter www.bildnerverlag.de. Und ihr könnt auch unsere Bücher gewinnen. Schreibt einfach einen Kommentar unter eines unserer Videos und schon nehmt ihr an unserer wöchentlichen Gewinnspielziehung teil. Ja, und ich gehe jetzt gleich mal in Outlook. Und es ist so, wenn ich jetzt, wenn ihr Outlook geöffnet habt, dann überprüft Outlook selbstständig ja immer wieder nach neuen E-Mails. Und wenn eine neue E-Mail kommt, dann bekomme ich hier rechts unten eine Benachrichtigung. Ah, das ist die Benachrichtigung, von der ich geredet habe. Eine neue E-Mail von Alex. Ja, und ihr seht, nach kurzer Zeit verschwindet diese Benachrichtigung auch wieder. Ja, und wenn ihr sagt, diese Benachrichtigung, die kriege ich nie. Das kann an verschiedenen Sachen liegen. Und das schauen wir uns jetzt an. Zuerst mal noch ein Hinweis. Ihr seht links unten auch in meiner Taskleiste das Symbol von Outlook. Ganz rechts bei mir, da ist jetzt auch so ein kleines Briefsymbol. Das heißt, ich habe neue E-Mails. Das heißt, daran erkennt man es auch sofort. Ja, und wenn ich jetzt ganz rechts auf die Uhrzeit gehe, dann blendet auch meine Benachrichtigungsleiste ein. Auch hier sehe ich, dass ich eine neue E-Mail bekommen habe. Und da habt ihr hier oben zum Beispiel, es gibt den Punkt, bitte nicht stören. Und die Benachrichtigungseinstellungen hier, wenn ich die mal anklicke, da könnt ihr zum Beispiel einschalten, dass es ein Nichtstören gibt. Das heißt, diese Benachrichtigungen poppen dann nicht mehr am Bildschirm auf, sondern sie kommen gleich in die Zentrale, also hier auf der rechten Seite, das, was hier von rechts so reinklappt. Also, wenn ihr das bitte nicht stören aktiviert habt, dann müsst ihr es deaktivieren, damit ihr auch weiterhin diese Meldungen am Bildschirm bekommt. Ja, und dann habt ihr hier unten auch noch Apps, die euch Benachrichtigungen senden dürfen. Wenn hier natürlich Outlook ausgeschaltet ist, ja, dann werdet ihr auch keine Benachrichtigung von Outlook bekommen. Also schaut, dass hier in dieser Liste wird Outlook drinnen stehen, wenn es bei euch installiert ist und ihr das nutzt. Und schaut, dass es eingeschaltet ist. Und übrigens könnt ihr natürlich gleich hergehen, alles, was euch stört mit Benachrichtigungen, könnt ihr hier natürlich auch gleich ausschalten. So, das wäre einmal die Windows-seitige Sache, wie ihr Benachrichtigungen in Windows managen könnt. Und jetzt gibt es noch die Einstellungen in Microsoft Outlook. Dazu gehe ich in mein Outlook und ihr geht auf das Register Datei und links unten auf Optionen. Ja, im Optionsfenster geht ihr hier auf der linken Seite auf den Punkt E-Mail und dann hier im großen Hauptfenster geht ihr runter bis zum Punkt Nachrichteneingang. Und da zoome ich jetzt mal näher ran. Hier bei dem Punkt Nachrichteneingang, da gibt es als letzten Punkt unten Desktop-Benachrichtigungen anzeigen. Ihr seht, das ist bei mir eingeschaltet. Das heißt, wenn ich eine neue E-Mail bekomme, dann wird diese an den Desktop gemeldet und dann kommt diese Benachrichtigung. Also geht auch hier in die Einstellungen und schaut, dass ihr es hier entsprechend aktiviert habt. Übrigens könnt ihr hier noch einschalten, dass zum Beispiel dieses Briefsumschlag-Symbol in der Taskleiste angezeigt werden soll. Das könnt ihr hier auch wieder ausschalten. Ihr könnt auch einschalten, dass sich der Mauszeiger kurzzeitig verändert. Das heißt, wenn ihr unterm Arbeiten seid, dann verändert sich ganz kurzzeitig der Mauszeiger zu so einem Briefsymbol. Dann merkt ihr auch, oh, ich habe eine neue E-Mail bekommen. Und, dass ein Sound wieder abgespielt wird. Das könnt ihr alles hier aktivieren oder deaktivieren. Ja, damit habt ihr jetzt eigentlich schon alles, was ihr an Einstellungsmöglichkeiten braucht. Allerdings gibt es noch eins zu wissen. Denn solltet ihr für euren Posteingang Regeln verwenden. Regeln wie zum Beispiel, ihr erhaltet eine E-Mail von einem bestimmten Absender und die wird sofort in einen bestimmten Ordner verschoben. Dann passiert das, bevor die E-Mail im Posteingang landet. Die E-Mails werden abgerufen und sofort auf Regeln überprüft. Und dann werden entsprechend die E-Mails sofort in die Ordner verteilt. Und für diese E-Mails erhaltet ihr keine Benachrichtigung. Denn ihr erhaltet nur Benachrichtigungen für E-Mails, die im Posteingang landen. Also, wenn ihr sagt, ihr habt all das aktiviert und ihr erhaltet trotzdem manchmal keine Benachrichtigung, dann kann das sein, weil ihr Regeln aktiviert habt, bei denen sofort E-Mails, die ankommen, aus dem Posteingang in andere Ordner verschoben werden. Da gibt es auch keine Benachrichtigung. Ja, und jetzt wisst ihr eigentlich alles, was ihr über die Desktop-Benachrichtigung zu wissen müsst. Ihr könnt es euch nach euren Bedürfnissen einstellen. Habt ihr noch Fragen dazu, ab damit in die Kommentare. Ja, und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch hier bei BILDNER TV. Deswegen abonniert uns, dann sehen wir uns garantiert wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.